Ich wollte mal Lucy sein, aber ich hab zu große Titten. So, ähm, ich liebe Lucy, wirklich, die ist geil. Die kann sausen, das ist unfassbar. Ich fahr grad nix. Zwei Bier, ich tanze nackt auf dem Tisch. Wer mir jetzt ein Bier bringt, liegt Ärger. Das will keiner nackt sehen, außer die Aktivisten von Greenpeace, die mich zurückschleppen. So, ähm, Kinderbuch, Kochbuch, Zwecki Speise, ich spiele was Vernünftiges. Ach, du Hölle, wie hat das? Was? Ey, du hast es ja keinen Spongebob. Ja, dann hat er ja zwei. Du hast ja eine super Zielgruppe. Nee, Spongebob lass ich durchgehen, aber Holzmichel, das heißt...